So Leute, Willkommen zu einem neuen Let's Drink, heute mit Blackhead Greengrass. Ja, zeig mal die Dose. Zeig mal die Dose. Ich zeig die Dose. Ja, es ist hier von Netto. Na, stell scharf, geht doch. Ja, wie viel Zuga haben wir drin? 100ml haben wir 10,4 Gramm, 42 Galorien. Ja, und die ganzen Vitamine. Ja, und da haben wir noch einen Warenhinweis. Warenhinweis braucht kein Mensch mehr. Jo, gut. Ja, grünes Tab. Na ja, passt dazu. Ja, hier riecht mal. Ja, riecht mal. Na, riecht wie draufsteht, Greengrass, ne? Nein, es riecht halt nach Apfel. Ja, es riecht nach Apfel und ein bisschen Kiwi. Nee, es riecht nach Apfel. Ja, dann lass durchschmecken. Das ist nicht nach Apfel, Junge. Du siehst so groß aus auf dem Video. Ich bin groß. Und? Kostest du erstmal? Ich sag ja, es schmeckt geil. Es schmeckt geil, Junge. Der schmeckt geil. Fail. Der schmeckt wirklich geil jetzt. Ja, klar schmeckt der, gell. Ich sag's doch. Eier. Leute, als ich den das letzte Mal getestet habe, war der egelhaft wie Scheiße. Das war jetzt ungefähr ein Jahr her. Der hat mir immer so den Geschmack geändert. Nee, das ist genau dasselbe, Junge. Die schmecken arschgeil. Also, na, was schmeckt's jetzt? Nach Apfel. Mit viel Kohlensäure. Ja. Aber dein Nachgeschmack ist vielleicht was anderes. Ja, dein Nachgeschmack schmeckt trotzdem nach Apfel. Nee, das schmeckt eigentlich anders. Mach nochmal. Das schmeckt trotzdem nach Apfel. Ja, also heute am 27.03.2014. Genau, kann ich sagen, das ist mir geil. Aber letztes Jahr, was war immer für ein Datum? Das war irgendwie im Sommer, hat der ekelhaft geschmeckt. Genau. Da kann man geiles Bild davon machen. Oh man, das geht nicht. Ja, also ich kann nochmal kurz zum Design hier. Ja, also schwarz mit grün, das ist so eine Special Edition. Es gibt keine Special Edition, es gibt Herdeseig. Das fühlt sich aber auch anders an. Nee. Das fühlt sich anders an, das fühlt sich nicht wie Aluminium an. Das ist Aluminium. Ja, aber es fühlt sich anders an wie die anderen Energydrinks. Nicht so wie Rockstar. Weil das rau ist. Genau deswegen, ja. Das ist Rockstar. Junge. Es artet schon wieder aus, ja? Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Oh, la leka. Ich weiß nicht, das ist der Fall. Ja. Wie geil! Weil warum tropft das von meiner Hand hier runter? Guck mal, hier liegt ne Schraube, ich hab ne Schraube ausgekont. Schraube, ey. So, also. Oh ne, wie geil. Scheiße, okay. Also, Leute. Ja. Ey, wir machen jetzt hier wie so die Dosis hier. Oh ne. Scheiße. Oh, wie geil. Puh, KM. Stellt ne Schraube, sei es egal. Ja, also, es ist zu empfehlen. Nicht so trinken, wie wir grad getrunken haben. Ja. Das total liegt ja auf dem Fußboden. Das ist ne Straße. Ach ja, mein ich ja. Oh ne. Aber hier, vielleicht stell scharf. Warte. Man kann hier reinkommen, da sieht man's grün. Stell scharf. Ich weiß nicht, ob man das grüne sieht. Es blendet. Auf jeden Fall ist es grün. Ja. Das ist ein Apfel. Und Minze. Ja. Ja. Gut, Leute. Wir machen jetzt Video Cut. Bis später. Ich habe noch J Witcher. Die었어요. Ich habe noch mit uns die technique. Aber in dieser großen Jahr. Ich habe Z beenșt players zu fremieren. Die sind Loser. Denn mit uns eingreaches. Das ist alles klar.